Sind die Flossen jetzt bald oben? Er hört euch nicht. Er ist so taub wie stumm. Aber sonst gesund. Dem fehlt außerdem noch eine Schwalbe im Nest. Holzfuß hat er auch noch. Ist was? Darf ich mal bitte? Ich bin Weltmeister in Zeichensprache. Okay, dann mach. Hm? 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 Was? Was sagt er? Tja, äh, er sagte, du sollst machen, dass du schleunest hier rauskommst, sonst kann er sich nicht mehr halten und wird dich wie eine Ratte zermalmen, bis du den Arsch zukneifst. Ja, weißt ja, dass ich ne Puste habe. Ja, ich bin ja nicht blind. Ihr ist nicht wahr! Ja! Vielen bring. Ja.